...die diesen Erfolg möglich gemacht haben. Mit dabei auch unsere Youngster, die natürlich auch dazugehören, Hans-Tarriere, Jonathan Meyer, Lukas Meilig, Felix Kretze und Christian Früchtl. Unsere Superlehrsing, Führer Stor, auch mein Gott, wir haben ihn wieder reaktiviert. Turm Starke! Deutscher Fußballmeister 2018 ist auch Sebastian Rudi! Genauso nur zu Nr. 2, Sandro Bata! Deutscher Fußballmeister 2018 aus Frankreich, Kräuter, Marco Toliso! Auch er, Deutscher Meister, wieder einmal der, Juan Bernat! Glückwunsch auf, an unseren Flüssenfützer aus Frankreich, Kingsley, Tor! tanks Flexion Nicklas Züede! Auch mit seinem ersten Meisterkinder ähnelt sie in Bayern Ranf Finja! Hartz Mann! Am 10 ist das erste Mal Er kam und wurde deutscher Fußballmeister. Meine Damen und Herren, hier ist Hannes! Und zu Nummer 32, was ist das für ein Fußballspiel aus der engsten Ausfahrt? Damen und Herren, deutscher Fußballmeister Joshua Kimmich! Und auch er, was hat er für eine große Saison gespielt für die 6. Bayern München, meine Damen und Herren! Und für den 1.25 den Torwart, welcher Meister Sven Schulheim! Die lange Zeit, hier unten zu der Nummer 6, Thiago! Auch der große Anteil, auch wenn er jetzt noch verletzt war. Das ist natürlich immer schade, dann auch zum Saison-Hin gehitten. Aber deutscher Fußballmeister 2018, Arturo Riedel! Genau so, hier unten zwölf Nummer 8. Der Mann heißt... Harry Vaktiles! Du Felix Aufklärer, dass du solche Fußballspiele hast! Deutsche Meister 2018, Felix Auer! Und für Nummer 9, der Torstützenkönig, Robert Lewandowski! Deutsche Fußballmeister 2018, und für Nummer 5, Franz Kulitz! Genau so, wie... Genau so, wie... Gerold Boateng! Die Nummer 7, meine nächste Mann und München! Miss Lovendry! Die Nummer 7, deutsche Fußballmeister! Und zur Nummer 10, der Ariella Ramon! Max Lovendry! Tschüss! Mit Fremdry! Jetzt geht an, Roten Züge! Deutscher Fußballmeister! Frank Riedelini! Und mit dem 1925, auch Kapitän in dieser Saison, das ist ne Worte und Lovendry! und auf uns, wir servieren Thomas Müller. Das alles geht nicht ohne die tägliche Arbeit mit der Mannschaft unseres gesamten Regeln war. Und auch ihr seid deutscher Fußballmeister, Holger Borch, Toni Tavanovic, unser Torwartmeter, Dieter Herrmann und der Tiger, Herrmann Herrmann. Und meine Damen und Herren, er ist der Vater des Erfolges, der Papa. Was für eine Saison, was für überragende Abenteuerung. Und es gibt noch ein Spiel in einer Woche. Meine Damen und Herren, deutscher Fußballmeister 2018. Wie lange war der, the one and only, Jupp Huggins. Halt! Und natürlich, und wir hoffen, dass er bald wieder ganz fit ist, der Kapitän dieser Mannschaft, der natürlich auch deutscher Fußballmeister ist im Jahr 2018. Manuel! Wunderschöne Glocken Das ist gut, aber ich bin in einer Woche, die Glockenberg. Michelle, wir ihre Haare etwas tun. Das ist gut, danke. Ich bin in der Woche, wo wir uns alle氣, das ist ein helles Laufel. Musik Man kann immer anfangen, ja so war es und so ist es und so will es immer sein. Man muss niemandem, im Vokal oder Zürich, wie es lieb. Ja hier ist denn was höher als das andere Wachsener anziehen. Hier ist wie es, hier ist Liebe, hier ist vier, oh boll, tier, 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 tier. Bis in einer Ewigkeit FC Bayern, Sperr des Südens Du wirst niemals untergehen Weil wir in guten Lieben Schlechte Zeiten zu einander stehen FC Bayern, Deutscher Meister Ja, so heißt der Mannverein Ja, so war es und so ist es Und so will es immer sein FC Bayern, Sperr des Südens Du wirst niemals untergehen Weil wir in guten Lieben Schlechte Zeiten zu einander stehen FC Bayern, Deutscher Meister Ja, so heißt der Mannverein Ja, so war es und so ist es Und so will es immer sein FC Bayern, Deutscher Meister Ja, so heißt der Mannverein Ja, so war es und so ist es Und so will es immer sein Ja, so heißt der Mannverein